Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, schaut mal, was vorhin gerade bei mir angekommen ist. Das neue iPhone 13 Pro Max. Und dazu gab es auch noch gleich das iPhone 13 Mini. Ebenfalls bei mir angekommen. Das ist jetzt Dienstagabend spät, wo ich das aufzeichne. Am späteren Nachmittag kam der Kurier bei mir an. Ich bin ein bisschen später als der ein oder andere YouTuber oder Tech-Journalist. Aber immerhin, ich habe es schon ein paar Tage vorher bekommen. Ich will mich nicht beklagen, alles wunderbar. Und ich dachte mir, okay, was machst du jetzt damit? Was machst du jetzt da raus? Und am einfachsten, seien wir ehrlich, wir packen das Ding mal aus. Wir schauen, wie es eigentlich mit diesen Hüllen hier ist. Da ist nämlich auch eine dazugekommen. Ihr könnt das hier sehen. Also vom 13 Pro Max habe ich noch eine Hülle bekommen. Und dann natürlich werfen wir mal einen Blick hier. Das ist mein 12 Pro Max, was mich ja jetzt ein ganzes Jahr lang begleitet hat. Wir schauen mal, wie unterscheiden sich die zwei zumindest von den Äußerlichkeiten. Wie sieht das hier eigentlich aus bei diesem Telefon? Und dann reden wir ganz kurz noch hier über das Mini natürlich auch noch. Dann will ich eben von euch vor allem auch noch wissen, was ihr davon haltet. Weil ihr könnt mir dann eigentlich sagen, was ich im Test besonders den Fokus, wo ich den drauflegen soll. Weil jetzt packen wir es mal aus. Wir gehen mal nach Äußerlichkeiten. Dann später in der Nacht werde ich das Teil natürlich anschließen. Und dann hier alle Daten auf das Neue drüber transferieren. So, dass ich dann ab Mittwoch, wenn ihr das Video sehen könnt, schon mit dem Neuen unterwegs bin. Und dann ein paar Tage später, beziehungsweise vielleicht zwei Wochen später mal gucken, den echten Testbericht bringen kann. Ich konzentriere mich ganz klar mal auf das 13 Pro Max und nicht auf das kleine 13 Mini. Das gibt dann noch einen gesonderten Test. Völlig klar, da geht es dann vor allem darum, wir wollen rausfinden, wie die Akkulaufzeit ist. Weil das war ja letztes Jahr mein großer, großer Killer. Das 12 Mini war bei mir am Mittag tot. Und hier sollen es ja eineinhalb Stunden mehr sein. Also mal schauen, wie sich dieses iPhone hier dann verhält. Aber jetzt geht es ganz klar ums 13 Pro Max. Okay, und ich schlage vor, wir packen das mal aus. Ich wechsle dafür hier zur Unboxing-Kamera. Ganz wichtig, gleich am Anfang. Das fällt euch auf. Die Hülle, Hallo Kamera, ist natürlich wieder sehr, sehr klein. Also sehr, sehr dünn, kann man eigentlich sagen. Und warum ist sie dünn? Natürlich, es fehlt das Netzteil. Das haben wir seit letztem Jahr. Darum sind jetzt die iPhone-Hüllen neuerdings so super, super tiny oder so super, super dünn. Was auch gleich auffällt, und dafür muss ich wirklich Apple loben, das iPhone 13 Pro Max, wie überhaupt alle neuen Geräte, die jetzt rauskommen bei Apple, alle iPhones oder auch die iPads, hat keine Plastikhülle mehr drumherum. Also ihr seht, das ist nicht mehr in Plastik eingeschweißt, sondern das ist quasi direkt so. Im ersten Moment wirkt das so ein bisschen, Moment mal, hat das jemand schon in den Fingern gehabt? Aber Apple hat es ganz clever gemacht. Ich zeige euch das hier mal. Ihr seht, hier haben wir diese üblichen aus Papier, die man abziehen kann. Also eigentlich sozusagen das Siegel, wo man dann sicher sein kann, hey, da hat noch keiner was reingeguckt oder ein Kabel rausgenommen oder so. Also es sieht eben trotzdem super neu aus, das Ding. Aber keine Plastikhülle mehr, nicht mehr eingeschweißt in diese Plastikfolie, so muss man ja sagen. Und Apple selber sagt ja da, dass sie ungefähr 600 Tonnen Plastik sparen können, allein dadurch, dass sie es hier nicht mehr einpacken. Es wird am Mittwochnachmittag noch ein Video von mir zu einem anderen Gerät geben von Apple, wo ich noch nicht drüber sprechen darf. Da war es lustigerweise tatsächlich so, das sah eher so aus, wie wenn es jemand schon ausgepackt hätte. Da war kein Siegel dran. Aber bei den iPhones ist das Ganze versiegelt. Natürlich auch beim Kleinen hier. Also ihr seht hier ganz genau gleich, da haben wir quasi hier, können wir das abreißen. So, lang genug gequasselt. Jetzt müssen wir natürlich mal in Dubio, jetzt müssen wir wirklich mal zur Tat schreiten hier. Und jetzt machen wir das so. Wir gucken mal hier oben. Ich bin immer wahnsinnig schlecht, es ist immer peinlich, wenn ich was auspacken muss. Ihr macht das hier unten, zack, ihr zieht das einfach ab. Und dann im Idealfall, ich schmeiße den Abfall ein bisschen raus, dass man den nicht so gut sieht. Und dann, hokus pokus, zack, da ist es ja schon. Tada! Wow, die Farbe ist heller, als ich gedacht habe. Ich zeige es euch nachher gleich. Da ist es, das schöne iPhone und hier vorne der Screen. Ein schönes Gefühl. Ja, ich zeige euch mal die Farbe hier in dieser Kamera. Ihr seht, das Ding ist schon deutlich heller, als das zum Beispiel mein 12 Pro Max war. Schaut mal. Naja, jetzt sieht man es tatsächlich sehr schlecht hier beim Licht. Also ich zeige es mal so und dann so. Tja, interessant. Schaue ich mir die beiden so an. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt seht in der Kamera. Wahrscheinlich nicht. Schaue ich mir die beiden so an, ist das neue, das 13 Pro, deutlich heller, als das 12 Pro Max das war. Okay. Was haben wir sonst noch in der Kiste drin? Ja, USB-C auf Lightning-Kabel. Genau gleich wie letztes Jahr. Stickers. Und damit hat es nichts mehr drin. Also, da ist wirklich wenig drin. Das kennen wir ja schon vom letzten Jahr. So, also, dann wollen wir mal gucken. Ihr seht, mit aufräumen. So, jetzt führe ich das mal da rüber. Jetzt legen wir die mal einfach nebeneinander. Rechte Seite, also hier, dieses Gerät hier ist das iPhone 12 Pro Max vom letzten Jahr. Das ist das neue iPhone 13 Pro Max. Und euch fällt vielleicht gleich mal auf, ich mache das mal so, dass die Kamera tatsächlich teilweise deutlich weiter hervorsteht. Ich versuche das mal so und dann vielleicht so. Vielleicht sieht man es. Ist schwierig auf der Kamera zu sehen. Moment, vielleicht so. Also, die Kamera des 13 Pro Max steht weiter vor. Und jetzt mache ich nochmal folgendes. Ich nehme hier mal, Moment, zwei Kameras, schon völlig überfordert, der Berner. Das hier ist mein MagSafe Ledercase vom iPhone 12 Pro Max vom letzten Jahr. Das sieht immer noch, finde ich, schaut euch das mal an. Klar, hier unten ein bisschen sieht eigentlich noch ganz ordentlich aus, für das ich das jetzt zwölf Monate lang jeden Tag ständig dabei hatte, immer im Einsatz. Und wir versuchen, dieses Case vom letzten Jahr mal aufs aktuelle iPhone 13 Pro Max zu packen. Ja, grundsätzlich würde es gehen hier. Aber ihr seht gleich da hinten, da passt irgendwas nicht. Seht ihr das? Also, das Cover passt ganz klar nicht, weil die Kameras auf der einen Seite breiter sind, ein bisschen weiter auseinander, weil ganz generell die Linsen grösser sind. Und dann kommt natürlich hier das Zubehör zum Tragen. Wir wären ja nicht Apple, wenn wir nicht jedes Jahr neue Cases machen würden. Und jedes Jahr bin ich leicht überfordert. So, ich ziehe das mal raus. Das ist jetzt das Leather Case iPhone 13 Pro Max Leather Case in schwarz, oder? Midnight. Oh, Entschuldigung. Klar, es gibt ja immer fancy Namen, die kann ich mir sowieso nicht merken. Also, die zwei hier, die neuen, die gehören quasi jetzt zusammen. Und wenn wir das jetzt beim alten machen, wenn wir das jetzt einfach mal versuchen, hier drauf zu pappen, Ja, dann geht das. Aber ihr seht gleich, das ist doch irgendwie zu groß. Also, da ist jetzt das iPhone 12 Pro Max drin und die Hülle ist vom 13 Pro Max. Also, ihr seht, da hat es noch deutlich mehr Platz. Würde aber auch gehen. Also, könnte man wahrscheinlich so problemlos nutzen. Aber das wollen wir jetzt nicht. Ich packe es da gleich wieder aus. So, also, jetzt seid ihr dran, liebe Freunde und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn man so will. Und zwar, schreibt mir doch, was ihr wissen wollt. Was wollt ihr von diesem neuen, coolen Telefon wissen? Also, mit anderen Worten, interessiert euch vor allem die Kamera. Interessiert euch der Cinematic Mode? Natürlich, den werde ich sowieso testen. Die Batterielaufzeit? Hey, Apple sagt, zweieinhalb Stunden mehr Batterielaufzeit. Wow, das gab es schon seit Jahren nicht mehr. Ist das Ding jetzt endlich so gut wie das iPhone 11 Pro Max? Das mein absolutes Superphone war in Bezug auf Akkulaufzeit. Weil, seien wir ehrlich, das 12er hier, das war okay. Aber das war nicht ganz so toll, wie es eigentlich das 11 Pro Max gewesen war. Mag an 5G liegen natürlich. Hier soll es ja besser werden, eben zweieinhalb Stunden mehr. Trotzdem ist natürlich 5G und dieses gigantische 120 Hertz Display, auf das ich mich unglaublich freue, wo ich wahnsinnig gespannt bin, ob man überhaupt einen Unterschied sieht. Also, das heißt, ich werde natürlich diese beiden Geräte miteinander vergleichen. Ist ja logisch. Wir werden schauen, ob man den Bildschirm, ob man da irgendeinen Unterschied feststellt, wie sich die Kamera unterscheiden und so weiter. Also, das alles gibt es dann im Video. Und ihr könnt mir wirklich sagen, schreibt doch bitte in die Kommentare unten rein, was ihr wissen wollt. Gebt mir ein bisschen Zeit. Ich werde jetzt dieses 13 Pro Max aufsetzen, die ganzen Daten rüber, dann ist das mein Daily Driver, dann laufe ich damit rum und dann teste ich das eben auch entsprechend. Ich werde aber natürlich trotzdem auch das 13 Mini testen. Und zwar ja auch, weil ich habe ja das iPhone 12 Mini letztes Jahr getestet. Video gibt es da oben. Das ist immer noch einer der Posts von mir, beziehungsweise eines der Videos von mir, die noch täglich quasi Kommentare generieren. Über 400 sind es inzwischen, weil ich ja gesagt habe, das Teil treibt mich zum Wahnsinn. Und das kam nicht so gut an bei vielen. Die haben das nicht verstanden. Ich habe gesagt, das Ding ist mir A zu klein. Klar, das dürfte sich beim 13 Mini auch nicht ändern. Aber ich habe gesagt, vor allem die Akkulaufzeit. Meine Güte, das Ding ist so schnell leer. Hier soll es ja deutlich besser sein wegen dem A15-Chip, wegen der ein bisschen größeren Batterie. Also verschiedene Optimierungen. Da bin ich natürlich gespannt, wie sich denn das jetzt schlägt. Wenn der Frickemann, der Oberfreak, der gerne Videos guckt, der ständig am Smartphone hängt, der gerne auch mal auf den Mac verzichtet und einfach alles auf dem Smartphone macht, wenn der mal mit dem Kleinen unterwegs ist. Also auch das wird es natürlich geben von mir. Von dem her gesehen, wenn ihr wissen wollt, wann diese Videos kommen, dann bitte lasst doch ein Abo da. Das würde mich extrem freuen. Etwas über 5.000 sind es schon. Es dürften gerne noch ein bisschen mehr werden. Das wäre extrem cool. Und sonst natürlich ein Like. Das freut den Algorithmus und dadurch dann wieder mich. Und eben wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr genau wissen wollt. Dann teste ich das für euch. Die Geräte sind jetzt bei mir im Einsatz. Und ja, heute am Mittwoch, wenn ihr das Video seht, wird es dann von mir noch was anderes geben. Zu einem anderen Apple-Produkt. Stay tuned. Vielen Dank. Tschüss. 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 Tschüss.